Liebe Kinder, liebe Eltern, es ist ja schon bald Ostern und die SPÖ-Bezirk Berg hat sich etwas Besonderes überlegt. Wir möchten euch einladen, bei einem Zeichenwertbewert mitzutun. Ihr schickt uns einfach Zeichnungen, wo sie ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte draufmalen. Und vielleicht können eure Eltern das dann abfotografieren und per E-Mail an die SPÖ-Bezirk Berg schicken. Oder einfach in der Herrenstraße in den Postkasten reinschmeißen. Bis 28. März hätte man die Zeichnungen gebrochen und dann werden aus allen Zeichnungen, das sind natürlich lauter beste Zeichnungen, ein paar Zeichnungen rausgezogen und ihr bekommt dann einen schönen Preis. Ja und die Lisa ist ja normal und schreibt gerade die Adresse auf die Rückseite, damit wir wissen, wo wir den Preis entschieben können. Ja genau, da bin ich dabei. 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 Ja genau, da bin ich dabei.